In meiner Jugend, Tanzlokal in Rottweil am Neckar, wir waren eine Clique. Ein Freund von uns war Italiener, er war dabei, hat sich erlaubt, ohne unsere Clique einmal in dieses Tanzlokal zu gehen. Und er wurde aufgefordert, das Lokal zu verlassen, weil Ausländer nicht bedient werden. Diese Dinge möchte ich nicht noch einmal erleben, auch nicht für meine Kinder und meine Enkelkinder. Mir wäre das Schlimmste, wenn die EU auseinanderbricht, dass es wieder zu Ausgrenzungen anderer Nationen kommt. Ich beschäftige mich im Moment in der Malerei mit Schubladendenken. Schubladen kann man auf- und zumachen. Wenn man sie aufmacht, gibt es vielleicht ein bisschen Unordnung. Aber vielleicht gibt es auch eine neue Ordnung, eine neue Verbindung zu anderen Ansichten, zu anderen Gedanken. Wenn ich sie schließe, dann sind sie geschlossen. Man sieht nicht mehr hinein. Sie sind oft fest verschlossen. Es findet keine Öffnung statt, kein Austausch. Austausch ist wichtig, vor allen Dingen Austausch über unsere Herkunft, über unsere Geschichte. Ja, selbstverständlich gehe ich zu Europawahlen. Meine Stimme ist wichtig. Mein Name ist Monika Hentschker. Ich bin Rentnerin und ich wohne in einem Seniorenheim. Sch cui says, Untertitelung des ZDF, 2020